Du bist in einer toxischen Beziehung und du kannst es nicht beenden. Also ganz ehrlich, ist es auch gar nicht leicht, da so schnell rauszukommen. Also manche brauchen Jahre, manche brauchen 10 Jahre, manche brauchen 20 Jahre und sie kommen immer noch nicht raus, aber das vernichtet ein Mädchen auch. Weißt du, am Ende bist du tot, aber nur nicht begraben. Weißt du, du lebst, denkst du, aber das ist doch gar kein Leben mehr. Das hat gar keine Lebensqualität mehr. Was ich dir empfehlen kann, ist, zum Beispiel, wenn du in so einer Beziehung steckst, ganz egal, ob Mann oder Frau, ich meine, es sind ja nicht immer nur die Männer, es gibt auch Frauen, die sind, wo ich sage, oh, hallo, weißt du, es gibt so richtig maskuline Frauen, richtig Mannsweiber, ich habe gehört, manche Frauen schlagen sogar Männer. Das ist schon krass, das ist ein bisschen crazy. Aber was ich dir empfehlen kann, ist, sprich mit dir selbst. Zum Beispiel, du kannst dir selbst sagen, ich möchte mich trauen, diese Beziehung zu beenden. Ich möchte an mich glauben, dass ich es schaffen kann. Ich möchte daran glauben, dass ich ein besseres Leben verdiene. Ich möchte stark sein. Ich möchte dem Glauben haben, es zu schaffen. Weißt du, es ist ganz wichtig, dass du zu dir selbst sprichst und es ist auch ganz wichtig, dass du dir selbst Mut machst. Darum geht es hier. Also ich kenne Frauen, die das so wirklich auch geschafft haben. Sie haben mit sich selbst gesprochen und da hat auch gar kein Therapeut oder so geholfen. Also da konnte ihnen wirklich niemand helfen. Sie konnten sich am Ende wirklich nur selbst helfen, indem sie zu sich gesprochen haben. Probier es mal aus. Also Also Vielen Dank.